Die Warn-App Nina ist ein Produkt vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Nina bedeutet Notfall-Informations- und Nachrichten-App. Darüber erhalten Sie direkt die Bevölkerungsschutzwarnungen auf Ihr Handy und können sich über die Gefahr informieren und auch dementsprechend dann handeln. Im Verteidigungsfall warnt der Bund. Ansonsten bei großflächigen Lagen, bei Feuer, bei Chemieunfall, bei Unwetter, bei Hochwasser warnen die Kommunen und Länder, die entscheiden, zu welchem Ereignis eine Warnung ausgelöst wird über die Warn-App Nina. Wir stellen hier wirklich nur das Produkt, die technische Infrastruktur, zur Verfügung. Um eine Warnung über die Warn-App Nina zu erhalten, müssen Sie einen Ort abonnieren. Entweder den aktuellen Standort aktivieren oder über die Ortsliste einen Ort abonnieren und darüber erhalten Sie dann die Warnung für das jeweilige Gebiet. Sie können auch mehrere Orte eingeben, sie sind also nicht auf einen Ort begrenzt. Zu den Einstellungen haben wir auch auf unserer Webseite noch Hinweise. Dort können Sie auch nochmal überprüfen, ob die Einstellungen der Warn-App Nina auch korrekt in Ihrem Handy aktiviert sind. Ein kleiner Hinweis noch von mir, die Notfalltipps in der Warn-App Nina, wenn Sie die einmal öffnen und wieder schließen, können Sie sie jederzeit, auch im Offline-Modus, wieder sich anschauen und erhalten dort wertvolle Tipps bei gewissen Gefahrenlagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017